Musik 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 Oh Gott Und was, bist du schon eingeschlafen? Neee Aber Nicht Musik 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 Die ersten Kinder besiegt Und ich bin vergiftet Läuft Musik 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 Was das für ein Stück ist, ist noch etwas Was Musik Musik was macht die ja 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 unglaublich mit welcher leichtigkeit ihr eure feinde bezwingt ich spüren mächtige ätherenergie und tal 102 schutz dank eurer hilfe habe ich jetzt eine probe Viel Glück wünsche ich euch. Ja, gut. Das Vieh hat einfach mal mitten im Kampf Eier gelegt. So, und das nächste Problem ist, wo ist dieses Scheiß-Tagebuch? Ach shit, ich muss erst was frei machen. Die kann wohl abbrechen. Das kann wohl abbrechen. Das kann wohl abbrechen. Das kann wohl abbrechen. So. Dieses komische Pulver hier runter. Die Kugel da hin. 3200 macht der. Der macht 900, der kann 0. Dann kommt das hier runter. So. Kurz ein bisschen sortiert hier. Genau. Die sind besser. Ich suche halt einfach immer noch dieses Scheiß-Tagebuch. Aber anscheinend ist das nicht hier drin. Ja. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Ich hatte doch so eine neue Fähigkeit. Irgendwas mit Erdbeben. Provozieren? Ja. Erdbeben. So. Ja. Wer hat mal die hier raus? Die Hinsatz. Läuft. Die Hinsatz. Oh. Gott. Ja. Deswegen. Ich habe jetzt echt den Kampf nicht, äh, äh, aufgenommen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Weil ich musste ja mittendrin auf Pause drücken, weil meine Ex rein kam. Das hat er auch. Ney. Scheiße. Scheiße. Ah ja. Der ehemal kam es da eben ja verziehen. Scheiße. Passiert halt. Scheiße. Ah. Toll. Ähm. Hier ist der Kneiper. Ich danke euch, Deva. Ich fühle mich besser. Oh. Äh. Äh. Muss ich bei dem Baum dort das Buch abgeben? Äh. Ne. Gut. Zum Glück. Obwohl. Ne. Bei mir steht ja der Hauptkurs mehr. Ich glaube dann schon. Oh scheiße. Nein Spaß. Oh. Zeit gedrückt. Ich bin jetzt auf was wieder reingegangen. Oh. Oh scheiße. Äh. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich vorher aufgenommen habe. Oh. 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 Die Äther Maschine. Ich glaube da gehe ich jetzt noch hin. Ähm. Wo geht die Hauptquests weiter? Wer ist denn Ihr Kale? Äh. Gute Frage. Oh. Ich gehe jetzt erstmal die blaue Quest erledigen. Also das mache ich jetzt noch in der Aufnahme. Und du? Kommst du mit oder? Ja. Dann lade ich dich nochmal schnell ein. Äh. Äh. Warum hast du abgelehnt? Äh. Ich habe mich abgelehnt. Noch? 2331. Tirox hat die Einladung abgelehnt. Äh. Äh. Wo bist denn du hingeflogen? Ich bin wieder zur Stadt. Dann fliege ich mit dem Flugdingster wieder zurück. Und dann muss ich nicht den Berg hochlaufen. Äh. Stimmt. Stimmt. Da war ja was. Äh. So. Und. Da war ja was. Gott. Es ist zwar jetzt ein bisschen anders. Ich den Kampf nie aufgenommen habe. Und die Videosequenz. Aber gut. Passiert. Oh. Ernsthaft? Du verfickter. Dreimal darfst du raten was ich gerade gemacht habe. Oh. Ich bin nicht in den Strudel geflogen. Ich bin runter gesprungen. Und hab da die Flügel aktiviert. Ist doch schön. Finde ich nicht. Tja. Tja. Na ja. Jo. Boah. Schon geil so. Oh. Zwei Sockelsteine du. Kann ich benutzen. Ach. Hier für dein. Schwert. Oder deine Dolche. Schwert. Okay. Ich hab da noch nichts rein gemacht. Ist mir egal. Mach da jetzt was rein. Ist mir scheißiger du. Ja. Wobei. Man kriegt ja immer wieder neue Schwerter. Ich glaube ich hebe mir die auch für ein richtig geiles. Physischer Angriff. Plus. Ja. Ja. So. NebQuest. Hm. Was ist euer Begehr? Und Hauptquest. Blut für Blut. So. NebQuest. Level 50. Welches Level bist du? 47. 47. Na gut. Machen wir hier. Locken wir uns hier aus? Hm. Ne. Können wir machen. Gut. Na gut. Cheers. reads.